Jo Leute und was geht? Hier ist wieder euer Produkttester. Heute kam ja, wie ich in dem letzten Video gesagt habe, eine Gewinnbestätigung an und welcher Gewinn das ist, das möchte ich euch jetzt gerne sagen. Ich muss leider auf den Gewinn noch sehr lange warten, da ja zur Zeit kein Fußball stattfindet. Ich habe nämlich ein Meet & Greet mit Hans-Peter Priegel gewonnen, wahrscheinlich in einer VIP-Lounge beim 1. FC Kaiserslautern. Ich war sehr überrascht, als ich heute die Gewinnbestätigung bekommen habe und war erstmal ein wenig sprachlos, aber dann als sich der Herr Priegel persönlich bei mir gemeldet hat, per E-Mail, fand ich es sehr geil und freue mich schon, wenn ich ihn sehen darf. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Wir sehen uns dann beim nächsten Gewinn- oder Produkttest. Tschüss! Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank.